Hallo und Herzlich Willkommen zur neuen Forum CRAFT THE WORLD Und ich versuche immer noch endlich meine Zwergen zu schlafen zu bekommen Wie die wieder nicht so richtig klappen Ich habe jetzt wirklich gehofft, dass endlich diese Folge zu schaffen ist Das sieht ein bisschen komischer aus hier Achso, da rum, da ist ein Stein dazwischen, da soll sich gleich verbinden Aber das stimmt, ok doch nicht Achso, das kann So, dann schauen wir jetzt mal, es soll ja Mauern geben, Holzwand Schmiede, achso kacke, hier gibt es echt viel Ja, ich war jetzt hier mal auf eine Holzwand nochmal Zwischen habe ich ja genug Holz wieder Soll das jetzt eigentlich kein Problem mehr sein So, dann bauen wir das mal, bauen wir es so mal hier hin Und Holzwand, Holzwand Und dann bauen wir noch eine Tür Die hatten wir vorhin ja schon irgendwo gebaut, ja Da war die So, dann haben wir hinten Schlange einmal gesetzt eigentlich Ach, hier noch, Holzwand, Holzwand, Holzwand So, ich fahre mich immer noch auf, ach, Schamann Hm Tatsächlich dargestellt das Haus ähnliches irgendwie Ach, ich habe gar keine Blätter mehr Ähm, haben wir noch Blätter? Ja, haben wir noch Blätter Da müssen wir wieder ein paar von denen bauen Das passt nicht so viel eigentlich Oh-oh Also So Kann jemand sagen, dass er es machen kann? Du siehst ja gar nichts Ach, soll ich da Unschuffe vollständig? Du? Endlich Ja Okay, jetzt wird das Haus dargestellt Ja Ja Dann Ja Was ist das? Die Monster kommt schon wieder, die quer mir noch geschlafen, nein, ja, so wird in dem Haus in diesem Fall aussehen, das hätte ich am Anfang an eigentlich schon alles so machen können, aber weil ich es nicht wusste, ging das auch nicht, ok, die sind zu nahe wohl, ja, wo ist euer Bett, ja, das Bett habe ich schon, aber ich kann ja nicht irgendwo hinbauen Das kann ich heute erwarten, nein, irgendwie habe ich das Gefühl, auch viel zu viel, zu gut zur Zeit Florisch consolidiert Ah 사람, fröhle muss man! Ah Gott! Wunschung kas Shape! Wuh! Wunschung! Wunschung your Honor! Hm, der galiert sich jetzt hier, aber wir haben da noch einige Zwerge mehr. Das ist so witzig, dass die Zangenbohnen weghauen. Oh, das war's im Bett, haha, ok, na Gott, alles geht in dem Fall doch nicht. Ja, ich muss noch mehr Holzwände haben, das heisst, ich muss noch mehr Holz, das wir jetzt noch zum Holzhacken schicken, das ist wieder der Tag, jetzt hatte ich genug Bäume, äh, da habe ich noch töppen, ja, ich habe noch töppen. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier können wir nämlich noch bestimmen, wie diese Flände aussehen sollen. Also Betten brauchen echt viel Platz, muss man schon mal sagen. So, Holz haben wir jetzt auch schon genug. Dieses Bett können wir entfernen, das passt nicht mehr. Sonst können sie uns jetzt weiß ich wieder generieren, das ist schon mal nicht schlecht. Aber es ist immer noch nicht genug, wir brauchen immer noch mehr. Hier haben wir ein paar Betten wieder. Also nochmal diese Wand hier entfernen. Das ist vielleicht immer so ein Ding, ich mag es echt nicht, wenn man etwas nicht passt irgendwie. Also das Spiel, muss ich sagen, ist schon echt richtig gemacht. Das macht wirklich Spaß, man hat wirklich Eifer, was hinzukriegen. Und das macht natürlich ein gutes Spiel halt auch aus. Dass man wirklich Lust bekommt, da weiterzumachen, nicht aufzuhören und immer neue Sachen freizuschalten. Ähm, ja jetzt geht es zur ersten Linie mal dran, dass wir halt wirklich schauen, dass wir unsere Unterkunft hier ausbauen können. Dass wir unsere Zwerge schlafen sicher generieren können. Dass wenn der nächste Monsterangriff kommt, dann wieder gewaffnet sind. Und die dann auch, ähm, halt auch, äh, besiegen können. Wir haben wieder keine Leiter mehr, uns ist schon wieder das Holz rausgegangen. Hier aber jetzt so einiges an Holz, wenn ich da gerade so sehe. Vielleicht werden hier die Luke wieder öffnen. Auch hier war ein Dach. Ja, sie regalieren dann richtig echt langsam. Sieht auch, wie lange es geht. Es geht bis hier endlich mal, äh, endlich das tun, was ich eigentlich wollte. Sie ist ja schon mit dem Baum gewachsen. Der Baum hat ja schon wieder alles versperrt. Er darf mit der Erde jetzt ein bisschen auspflastern. Und hoffen, dass es dann funktionieren tut. So, ja das geht natürlich jetzt nicht, weil hier keine Wand ist, äh, er ersetzen. Okay, ich hätte mir so viel dazu. Und dann würde ich sagen... So, tun wir jetzt zuerst hier die Holzwand hinbauen. Ja, mein Zeugachmüller würde auch gerne schlafen, nur sie können ja nicht, weil sie ja immer auch... Okay, es hört nach Monster an. Hinterher kommen die Monster. So... So... Das ist ein Haufen, hm? Ja, wir haben Blätterbecker zerstört, ah nicht was gut. Na gut, ich sehe schon, die Folge sind bis zu Ende, wir haben es geschafft zu regenerieren, hoffen, dass dieser keiner noch sterben wird. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da und schaut mir erst mal wieder an das Craft the World und dann, denke ich, geht es hier mal wieder richtig los. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.